Hallo ihr Lieben, heute habe ich die Bliszenbox. Die ist eigentlich immer klein die Box, also viel kleiner wie die anderen, die ich schon bekommen habe, aber die haben auch viel mehr Make-up drin wie manche andere Boxen. Ich habe vier Stück abbestellt, aber bei dieser bleibe ich, die gefällt mir echt gut. Also, Bliszenboxen, ich glaube in der Großbritannien heißt sie, glaube ich, Birchbox, glaube ich ja. Okay, mal gucken was drin ist heute. Hier haben wir also den Code, das finde ich echt gut, dass man gucken kann wie viele Sachen wert sind. Okay, nehme ich mal die größte. Uh, von Ritual. Und Made with Love. Oh, ein Body Scrub. Uh, Sugar and Cherry Blossons. Oh mein, oh mein, oh mein. Toll, wenn ich nichts unterfällig mehr lassen würde. Ja, riecht okay. Also, das ist halt Zucker, ne? Zucker und dann machen wir ein bisschen Öl noch drin und dann hat sich die Sache verkauft, das ist für 20, 25 Euro und dann kann man eigentlich selber machen. Okay. Morning Street, kenne ich auch noch nicht. Morning Street. Und das ist, aha, auch für alle Hard-Typen. Ja, da kann man aber nicht viel, also das habe ich einmal oder zweimal benutzt und dann weg. Okay, gehen wir mal hier weiter. Das habe ich auch. Oh, Moment. Das habe ich auch schon mal bekommen. Von Nux. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist auch für Multi-Purpose Dry Oil. Face, Body and Hair. Auch ziemlich klein. Mein Körper ist ein bisschen größer. Oh ja, das habe ich auch schon mal. Ich glaube, ich habe es weggegeben. Viele von meinen Sachen mache ich. Oh ja, also heute habe ich noch, glaube ich, ein Make-up-Produkt. Was ist das hier? Von La Canope. Das ist, was ist Glitzerin ist denn? Okay. Oh, ein Universal Moisturizer. Also, ich merke gerade, wie die, wie die, wie die, ich weiß auch nicht, ich habe jetzt meine, meine Lampen und so nicht. Das ist alles jetzt Natur sozusagen. Jetzt aber ich merke, wie die, wie die Kamera so macht. Okay. Das ist also, ja, aber, ne, das sind kleine, kleine Produkte heute. Und das ist das Einzige. Ist das ein Plush oder was ist das? Oh, ein Eyeshadow Palette. Schöne Verpackung. Ach ja, Jella. Da habe ich auch eine Bürste und dann nochmal irgendeinen Highlight-Stick oder sowas mal bekommen. Ah, sind wir die gleichen Farben. Aber ich mache es mal auf und gucke mal rein. Wo geht es denn hier auf? Hallo? Hä? 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 Was ist denn die Packung? Ah ja. Okay, hier ist sie. Komm her. Gut verpackt. Ja. Quad, wie man so sagt, ist ein Quad. Ja, nicht schlecht, aber ich bin mal sicher, die Farben habe ich auch, aber sowas könnte man ja gut in die Handtasche reinschmeißen. Aha, jetzt sehe ich aber, dass das Gold, ne, sieht fast mehr wie Bronze oder Rossegold aus, aber wenn ich es angucke, ist es richtig Gold. Ja, komisch, weil jetzt, dass ich keine Lichter habe, macht das schon einen Unterschied. Ah ja, ist ein hübsches Ding, die kostet wahrscheinlich auch 20 Euro, das kleine Ding, bin ich mal gespannt. Ich gehe also auf die Webseite und schaue, dass ich euch informieren kann, wie viel das alles kostet. Okay, also, fangen wir nochmal an mit, Ritual haben wir angefangen, das ist das Ritual of Sakura und das ist das Sugar and Cherry Blossom Body Scrub. Okay, also, überall die toten Hautzellen wegmachen, ne? Okay, Nummer 1, dann war es die von Morning Street. Das war für alle Haartypen ein Shampoo, Nourish and Shine, hat Argan und Marula Oil, okay? Ich sehe, es ist, glaube ich, nur voll bis hier hin. Dann, das von Nux Nox, das All Over Oil und dann haben wir hier den universellen Universal Moisturizer. Wie heißt das, also, das steht alles in Französisch, aber ich sehe, weil es heißt Massage und Visage, das Gesicht und Dekolleté. So viel Spanisch, so viel Französisch, keine Ahnung. Okay, und dann gibt es noch von, wie heißt das nochmal, Chela, das Core, die, hallo, die Augen, die Schattenpolette. Das sehe ich gerade, ich habe noch einen von, auch, wenn wir schon noch, gerade hier noch was. Das ist das, was ist das? Flourishing Hair and Body Mist. Ist das auch mit Cherry Blossom? Ja, genau. Es ist noch voll, ich habe das noch gar nicht groß benutzt. Ui! Ist okay. Ist okay. Gut, ich mache das jetzt gerade auch da rein. So. Ja. Also. Das war's. Zwei Videos habe ich jetzt gemacht. Ich habe seit, ich glaube, das letzte Mal war im, was im März? Ne, nicht einmal. Ich glaube im Februar oder so habe ich noch, habe ich glaube ich mal ein Video gemacht. Aber ja. Naja, dass wir leben. Ja. Man weiß halt auch nicht, wo ist immer, wohin geht. Naja, okay dann. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. Ja.